Ich lach mich weg. Jetzt gehen wir sie nicht nuss. Was? Siehne sie fieses Schwein. Sag mal, was ist denn da los im Chat? Seid lieb zueinander. Jetzt kann ich noch eine Rohrbombe bauen. Ich habe mitgeknüppelt. Munition für Bolzen? Was? Was habe ich jetzt? Bolzen? Bolzenschneider. Munition für Bolzenschießer. Für den Bolzenschießer. Ich habe keinen Bolzenschießer. Gibt dem Sühne auf, den müsst ihr sofort kurz weg, bis sie wieder da. Wir kommen zurück, Level. Schön, dass du reinschaust. Es freut mich, dass du da bist. Oh. Ein neues... Ionenflamme. Ich muss noch da. Aber. Ich muss noch da. Ich muss noch da. Ich muss noch da. Gut, dass es anzeigt, wo es hinleuchtet. Challenge Lütke Mumpitz. Lütke Mumpitz hält sich... Ach, guck mal, Lütke Mumpitz hat Sühne umgebracht. Die fiese Möp hat das verdient. Also nicht umgebracht, sondern halt sein Schwert. Sein Schwert in sein Irr. Oh, immer diese... Diese political correctness. Ich gebe ihm nur eine Rasur. Dann ist es universell einsetzbar. Ich habe Möbel in Emergenz. Okay. Ich glaube, diese ist ein Emergenzie, oder? Emergenzie. Emergenzie. Auch für die wäre es geeignet. Ach, nee. Ernsthaft? Oh, alter Vater. Level. Danke für 1000 Bits. Du verrückter. Dankeschön. Voll lieb. Wie, wie raushaut hier. Auf meinen Nacken. Aber echt, hey. Voll krass. Dankeschön. Was machen Sie hier? Ich habe ja Munition für Bolzenschneider gekriegt, aber ich habe keinen Bolzenschießer. Was? Auf seinen Nacken. Ja, vielen, vielen Dank. Super krass. 1000 Bits ist voll viel. Ehrenmann. Ehrenmax. Stimmt, du heißt ja Max. Richtiger Ehrenmax. Erst britzeln, dann kloppe. Genau. So ist es. Gerät unzureichend. Strom wiederherstellen. Geht nicht. Weil ich noch Kabel hier aufladen muss, oder was? Ist mein eigenes Emote bei einem anderen Streamer. Ach krass, echt? Der hat ja ein eigenes Emote gebastelt. Richtig gut. Warum das denn? Bist du da immer bei dem, oder was? Volle Ladung in den Nacken. Ach, der Sühne. Den habe ich angestellt. Oh, sehr gut. Subcutane Impfpistole kann ich immer gebrauchen. Ah, voll süß, wie du dein eigenes Emote kriegst. Hab seinen Channels ziemlich unterstützt. Ja, dann hast du es wahrscheinlich auch verdient, dass du dein eigenes Emote kriegst. Voll cool, auf jeden Fall. Das ist ja auch durchaus ein Platz, so ein Emote, was sehr rar ist, ne? Also ich glaube, da kann man sich schon was drauf einbilden, würde ich jetzt mal so behaupten. Winde aktivieren. Aktimalisieren. Hab mit Bits, glaub ich, 250 Euro rausgehauen. Alter Vater. Verrückt. Krumm, warum so viel Geld? Ah. 250 Euro. Sind das 25.000 Bits? Voll der Übertreiber. Weil ich ihn schon länger kenne und er ganz cool drauf ist. Krass. T-Wieber. Hä? Hast du ja gar nicht T-Wieber geschrieben? Du hast doch Übertreiber geschrieben. Ach, Übertreiber. Oh. Ah ja, gut. Du hast es nur schlimmer gemacht. Mit dem Versuch der Korrektur. 8100 Bits und der Rest halt donate. Ah, okay. Verstehe. Ja, ist auf jeden Fall, ähm, eine krasse Nummer. Wenn man da so viel Geld reinhaut. Aber gut, wenn man, wenn man den Content mag und man ein bisschen was übrig hat. Warum nicht? Herr Level, ja, dann herzlich willkommen in der Abo-Falle, würde ich sagen. Sie haben hiermit ein Abonnement für 24 Monate abgeschlossen. Dies ist kündbar drei Monate vor Ablauf der Abo-Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Nein, vielen, vielen Dank für den Sub, du crazy Dude. Du Übertreiber. Und danke nochmal für die Bittl-Di-Bitt-Bits. Hast du auch noch eine Waschmaschine gekauft? Eine Waschmaschine? Echt? Haben wir das im Vertrag drin stehen, Fenster? Munition für Bolzenschießer kriege ich die ganze Zeit. Aber ich habe noch keinen Bolzenschießer. Bis später. Ich hoffe, ab und vor wieder gebannt werde. Nein, du wirst nicht gebannt. Und wenn Fenster dich bannt, dann banne ich ihn. Falls du fragst, woher ich das Geld habe, ich gehe arbeiten. Das mache ich auch. Ne, aber ist doch cool. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf jeden Fall. Super lieb. Twitch ist keine Arbeit. Ja, heute gehe ich gerade nicht arbeiten. Aber am Wochenende zum Beispiel wieder. Was arbeitest du denn im Level, wenn man mal so... ...neugierig fragen kann? Arbeit? Habe ich mal von gehört. Ne, der Sühne. Du weißt doch ja nicht mehr, was Arbeit ist. Ladungspack. Ist schon wieder Munition für Bolzenschießer? Kriege ich denn den Bolzenschießer her? Kriege ich den noch? Weil ich die ganze Zeit Munition kriege. Benjamin. Wie ein Tom fragt, ob du heute noch mitspielst. Sie können an Evi-Androiden immer erkennen. Etwas verkehrt. Ne, alles gut. Wie? Das bringt dem nichts? Den kann man nicht... Was? Und ich habe keinen Bolzenschießer. Ich habe nur Munition. Muss ich den jetzt hoherbomben? Oh, was? Ist doch nicht dein Ernst. Sieht man doch, Gummianzug. Ah. Ah. Es wird nicht den Schaden anrichten. Es wird nicht den Schaden anrichten. Lücken hat Unfälle zur Folge. Das ist ein Schiff. Ich werde sie anfangen. Sehr gut. Er ist der Terminator persönlich. Und Anti-Spreng. Ja, genau. Anti-Sprenganzug. Kennt man ja. Gut, jetzt habe ich endlich den Bolzenschießer. Die ganze Zeit Munition eingesammelt. Aber... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist nicht sehr gut. Ich brauche bitte mehr Mett-Kitse. Richtig krass Benjamin, du kleiner Elefant Chief, ich gehe jetzt wie verlangt runter zur Reaktorwarnung Ich habe die Gitter hinter mir abgeschlossen Der Code lautet 6832 Ich suche nach Ihnen Ingenieure fehlen Mit Androiden, mich beinahe geköpft Die Waffe zusammengebastelt Um den Dreckskern ein Loch in die Birne zu pusten Sehr gut Ordner fehlerhaft 6832 Das wird ja nicht der gleiche Code sein, oder? Oh doch Ah Ich habe mir die Codes immer aufgeschrieben, weil ich es sonst immer vergessen habe Ja, naja, meistens hast du das ja direkt um die Ecke Dass du den Code eingeben musst Hier war es ja sogar am gleichen PC Also von daher Geht es denn noch? EMPen kann man die auch nicht Das ist schon Die sind schon ganz schön overpowered Diese Gummianzugs-Androiden Na gut, aber jetzt habe ich einen Bolzenschießer Jetzt mache ich sie alle platt Höre ich da ein Mimimi? Scheigeil Bitte beruhige dich Aufzugrufen Na der funktioniert noch Das ist sehr gut Guck mal Ein Twitch-Shirt Wie man das immer nicht sieht Ich muss mich aufrechter hinsetzen So Da fühle ich mich gar nicht Äh 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 Ungemüglich Hallo Frau Link Willkommen zurück Der Level ist ein Teigklumpen Guck an Und der hat eine Windel an Ein Windelkeks Vorm Namen Das ist Ein Stift Sch Wie Schieft Schirt Und kein Twitch-Shirt Ach man Tarnes Die Kamera ist doch einfach nur rumgedreht Merkt ihr das doch endlich mal? Gespiegelt ist die Gespiegelt ist die Es hatte mir den Rücken zugewandt Ging den Flur herunter Als ob es das Normalste auf der Welt wäre Ich hab mich versteckt Aber als ich aufsah War es weg Ich glaube es hat sich unter dem Fußboden versteckt Oder in der Decke Sebastopol besteht aus Lüftungsschächten Rohren und verstaubten Räumen In die niemand Seit Jahren mehr Einen Fuß gesetzt hat Es könnte überall sein Danach müssen die Marshals gesucht haben Das hätte mir nicht Vorenthalten werden sollen Chief Ende Seitdem ich mein Tattoo habe Auf dem rechten Oberarm Ist die rechte Seite des Shirts Auch öfter irgendwie hochgezogen Ist der Löwe jetzt fertig? Das war ein Löwe oder? Was du dir tätowieren hast lassen? Zwei Löwen? Zwei Löwen glaube ich Ein großer und ein kleiner Oh gucke mal Meine Waffen Wo sind denn die? Ja hier kommen jetzt Brauche ich die etwa wieder? Ist hier irgendwie Das Drohr Wo das einfach runtergeschmissen wird Die Waffen Oder was? Munition Revolver 11 Ist aufgeladen Pumpkan 17 Habe ich auch wieder Sehr gut Munition Verbolzenschießer Jetzt bin ich ja richtig Ausgerüstet hier Das heißt Es wird gleich Der große Endkampf Folgen Ich spüre es Ich spüre es Freunde Oh ja Es fühlt sich gut an Nein noch nicht fertig Nur Teil 1 von 2 Aber die Löwen sind schon drauf Fehlen nur noch paar Details In den beiden Löwen Und der ganze Hintergrund Ich glaube Wenn du mit der Pumpgun Gegen das Alien Schießen würdest Würde es eigentlich In Realität tot sein Ich weiß nicht Was Aliens So für eine Haut Haben Vielleicht ist die ja Auch resistent Gegen Kugeln Ich bin oben auf dem Reaktorkern Ricardo Sehen Sie schon was? Nichts Ein paar Androiden Kernsteuerungssysteme Das übliche Ich werde auf der unteren Ebene Nachsehen müssen Da sollte irgendwo Ein Aufzug nach unten sein Hallo Herr Kieks Hallo Lukas Mein guter Wie geht's dir? In der Realität Wäre da kein Alien Ich weiß nicht Wäre doch viel einfacher So mit einem toten Alien Aber das Alien Müsste doch eigentlich Sogar tot sein Also theoretisch All in Du kannst nur Bis 200 Fenster Langweilig Wie man das aufladen muss Finde ich richtig krass Finde ich richtig krass Schön dass sie so langsam gehen Das finde ich voll nett Von dem Bam In die Fresse Betan Emergency Exit Juhu Jetzt sind die Androiden So langweilig Ja das stimmt Mit dem Bolzenschießer Sind die schon ganz schön easy Zu killen Alles bestens Mir geht's auch gut Lukas Ich habe heute und morgen frei Weil ich am Wochenende Arbeiten tue Machen wir mal noch Ein Mediket So hier ist noch Ein Aufzug Auf der unteren Ebene Muss ich lang Steigen sie zur Basis Des Reaktors Hier Schauen wir mal Ich weiß nicht ob das so easy ist Wenn ich jetzt hier lang gehe Und die ganze Zeit da Strom Reingeflutscht kommt Diese Blitze Das ist auch gar nicht laut Beta Core Primer Alpha Core Primer Ich gehe mal Beta Core Ich habe auch morgen frei Ich habe mir frei genommen Übers Wochenende Auf Boah Richtig gut Achso Hast du eigentlich gesagt Du du arbeitest Level Oder willst du das nicht sagen Ich bin immer so neugierig Kurzschlüsse sehen nicht gut aus Würde ich mir mal ansehen Als Elektro- und Gebäudetechniker Okay Ja dann Kennst du dich ja aus Kannst du das mal hier irgendwie Äh Wieder heile machen Dass das nicht die ganze Zeit So Blitze und so Ein Alien Zwei Haben die Aliens Ihr Nest ja direkt In der Reaktorbasis Der Station gehabt Wegen der Wärme Ach echt Ende Kalüchchen Aber hier ist kein Alien-Nest Ist aber schee Ich habe heute Abend Meine letzte Schicht Für die Woche Uh Sehr gut Und dann Wochenende Wie lange hast du morgen Schicht Lukas Also heute Achso Heute Abend Also heute Nacht Oder heute Abend Frauenpower Hallo Wolf Pack Wolf Wolfpack Quasi Hallöchen Schön dass du reinschaust Und guten Äh Ja also jetzt kann man so langsam Abend sagen Guten Abend Schön dass du da bist Normale Nachtschicht von 22 bis 6 Okay Und bist du fit? Hast du gut geschlafen? Oh nein Oh nein Das ist nicht So viel zu Hier ist ja gar kein Nest Gar kein Problem Wow Ich dachte das Alien Die Alien Invasion wäre gebannt Aber jetzt kriegen wir wieder einen Flammenwerfer Wie schön Das ist ja super Tanis möchte Möchte Alien 1 schauen Instant Karma Ja Aber wirklich Sie sind alle hier Wer? Alle die verschwunden sind Alle Die sind alle in einer Art Nest gefangen Das sind Eier Das ist eine Farm Shit Sie müssen verschwinden Sofort Du bist vielleicht witzig Vernichten sie das Nest Nest Wie hier die ganzen Eier sind Ich habe ein bisschen Angst Überladen sie den Alpha Kern Überladen sie den Alpha Kevin Wie war das nochmal mit dem Alien? Äh Das Alien ist ganz lieb Oh mein Gott Rohrbombe Rohrbombe können wir glaube ich auch hier brauchen oder? Ich weiß es nicht Ich weiß nicht was ich für Gerätschaften brauche Und welche nicht Fit nicht so ganz Wieso nicht Lukas? Einfach die Spannung hochdrehen Würde ich als Fachmann sagen Okay Also Alpha Kern überladen Ich hatte da was gehört von Äh Kein Alien Mal schauen Jetzt wird es doch langsam spannend Wie spannend Ich dachte es wäre langsam vorbei Nichts mit mehr spannend hier Mann 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 Ich will gar nicht mehr so viel Action hier Ich wollte doch Äh Warum? Wie war das nochmal mit Ripley? Damals auf LV 426 Ebenes Wett Keine Ahnung Wovon reden sie? Pumpgun Munition Cool Ah so kann man auch Waffen wechseln Das ist natürlich gut Wenn du Mausrat Das wüsste ich noch Oh mein Gott Äh Was bist denn du? Kleine Larven man sieht die ja fast gar nicht facehugger vielleicht kommt da einfach einer aus der wand nachdem er vorbeigelaufen ist facehugger halt nicht heißen die dinger ja ok die mp-mine brauche ich glaube ich nicht mehr medkit könnten wir noch eins basteln eins molotow ich glaube der flammenwerfer ist am effektivsten gegen die alienze alpha leitung aktivieren schließmechanismus gott sei dank halten die nichts aus erst mal irgendwas drücken dann neben solch einem kernschild ist ja gerade wieder was ausgeschlüpft kürz doch wo ist ja irgendetwas drücken wird schon das richtige gewesen sein was da wo wo schwindel dann wird hier doom gespielt lass dich doch mal von den dingern küssen ich will nicht von den dingern geküsst werden ich möchte es nicht überladen sie den betakern oh mein gott das ist hier das ist hier der atomker atomreaktorkern ich weiß nicht ob das so gut ist was ich getan habe level kannst du das vielleicht noch mal überprüfen die machen den besten zum kurs irgendwas aber aber ich würde weggehen okay hilfe von der stelle das ist die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017